Es gibt einen äußerst spannenden Collector Talk in der nächsten Woche. Außerdem sprechen wir über den nächsten Venomized Mightiest Drop, sowie auch über ein nächstes Comic und ob das eventuell ein Grey sein könnte, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja, und ich habe es gerade schon angesprochen, der nächste Collector Talk steht auch schon vor der Tür und diesmal tatsächlich, ja, ziemlich nah auch zum letzten Collector Talk. Das ging aber tatsächlich leider nicht anders. Wir werden hier aber zusammen mit Omihomie Max und Omihomie Janie zusammen einen Collector Talk führen. Das Ganze wird natürlich selbstverständlich auf Englisch sein. Das wird unser erster Collector Talk sein in Englisch. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir alle drei Monate hier einen Podcast auf Englisch machen, beziehungsweise eine Folge des Collector Talks auf Englisch machen mit unterschiedlichsten Gästen. Wenn ihr dafür Vorschläge habt, schreibt sie mir auf jeden Fall unten gerne in die Kommentare, wenn ihr auch gerne in unserem englischen Collector Talk sehen würdet. Kommen wir zur nächsten Marvel Mighty Series und zwar der Avengers Series Hashtag 2 und hier sehen wir auf jeden Fall auch einige sehr spannende Charaktere. Das Ganze wird auch schon morgen droppen um 17 Uhr deutscher Zeit und das ist hier im Prinzip der Part 3 von 4 von dem Symbiont Crafting Event. Wenn alle vier Serien draußen sind, dann wird man hier den Symbionten craften können und damit dann zum Beispiel einen Carnage oder auch einen Venom craften können. Wir haben bis jetzt auch keine breite Information zu den Venom oder zum Carnage selbst, deswegen gilt es hier erstmal abzuwarten und sich auf jeden Fall erstmal hier die zweite Series von den Avengers anzuschauen. Wir sehen hier natürlich auch Iron Man wieder, das ich sehr sehr cool finde hier als Ankammen. Sogar hier diese Düsen sind sogar animiert, was ich auch sehr sehr cool finde. Das Ganze wird hier pro Collectible 15 Gems kosten und bei dem Iron Man hier eine Editionzahl von 2600 Stück haben. Als nächstes haben wir dann hier Hawkeye, das Ganze auch als Ankammen, 2600 Stück davon. Als nächstes haben wir Doctor Strange als Rare und das hier wird auch seine First Appearance auf der App sein, aber dafür mit einer Editionzahl von 2200 Stück. Deswegen, ich denke hier, das ganze Collectible wird doch tatsächlich relativ low vom Preis stehen, aufgrund der Editionzahlen. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein sehr spannender Charakter. Kommen wir zum nächsten Collectible, das war nämlich Black Widow. Auch sie wird hier eine First Appearance sein mit einer Editionzahl von 2200 Stück. Und als nächstes haben wir dann noch Hulk als Ultra Rare, das Ganze mit einer Editionzahl von 1500 Stück. Und als letztes haben wir dann noch den Black Panther als Secret Rare. Und das Ganze wird hier eine Edition-Auflage nur von 250 Stück haben. Also jeder, der auf jeden Fall hier diesen Black Panther bekommt, der hat auf jeden Fall wirklich ein absolut cooles Collectible von den Mighties bekommen. Und wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, wir werden hier im Prinzip nur 40 Editions werden hier von der Secret Rare zurückgehalten. Das heißt insgesamt 210 sind hier für die breite Masse verfügbar. Das Ganze wird hier auch wieder bei der Edition 21 starten. Also auch hier wieder eine mögliche Lowment, die man erwischen kann. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop und das wird hier Tales of Astonish Hashtag 44 sein mit The First Appearance of Janet Van Dunn bzw. The Wasp. Und hier werden wir auf jeden Fall diese Cover einmal dazu sehen. Für mich persönlich sind die Cover jetzt nicht so allzu interessant. Wenn man sich jedoch die Daten auf Go Collect anschaut, dann sieht das doch mal gar nicht so schlecht aus. Eine 9.8 hier wurde in 2012, ganz wichtig, für 17.300 ungefähr verkauft. Eine 9.6, aber hier ist der Average schon bei 47.000 und bei einer 9.4 auch schon bei 11.000. Und auch wenn man weiter runter geht, selbst eine 5.0 kostet hier noch 900 Dollar bei 92 Grades. Also wir sprechen auf jeden Fall hier von keinem allzu schlechten Comic. Und ich denke deswegen ist das auf jeden Fall für mich persönlich auf jeden Fall ein Drop, den ich mitnehmen werde. Kommen wir zum Omikos und dieser steht momentan wieder bei den drei Nullen und zwar nicht bei 0,0009. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal den Chart anschauen, insgesamt wir hatten hier einen krassen Pump. Plötzlich einfach in einer Stunde sind wir hier hochgestiegen mit 37%, was wirklich, wirklich ordentlich ist. Wir wurden aber hier wieder komplett abverkauft und befinden uns jetzt hier unter diesem orangenen und auch sehr wichtigen Bereich, an dem wir auch hier das letzte Mal wieder gescheitert sind. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall hier sehr, sehr wichtig, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen oder auch beziehungsweise in den nächsten Wochen diesen Bereich hier unbedingt wieder brechen und uns da sozusagen als Supporters-Gänze angeln. Ansonsten sehe ich persönlich den nächsten Bereich, wo er hinlanden könnte, auf jeden Fall hier in diesem grünen Bereich. Sollten wir hier dieses Low brechen, dann sieht es erstmal kurzfristig gesehen auf jeden Fall etwas schlechter aus. Aber wie gesagt, nur kurzfristig, langfristig denke ich auf jeden Fall sind wir hier weiterhin long unterwegs. Das waren jetzt auch schon die wichtigsten News für den Samstag. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgenmittagabend. Und bis deine Käpt'n. Ciao, ciao.